Halt 2 1 Nöck Kopf Geht weg von mir! Lass mich raus! Lass mich raus! Bleib mir vorm Leib! Alter! Mögen die Väter uns leiden! Feuer! Feuer! Mach die Arm! Position! Schling dich nicht hier weg! Wo ist der hin? Falt ihm in den Rücken! Du, ein Kopfspäckchen! Elisabeth! Boah... Verflucht! Wo ist sie? Wenn ich jetzt zurückgehe... Kann ich die looten? Oder geht die Scheiße weiter? Oh nein! 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 Bye-bye, oh Schock! So, so, so... Bleib einfach wo du bist! Ah! Ah! Oh, so wirst du da oben! Ich hab nichts gemacht! Komm zurück! Nichts gemacht! Hey! Was ist los? Ich hab da nichts gemacht, kleine... Wir fliegen jetzt nach Paris! Was? Sie haben diese Menschen getötet! Sie haben diese Menschen getötet! Ich kann es nicht fassen! Sie sind alle tot! Sie haben sie aufgebracht! Elisabeth! Sie sind ein Monster! Nein! Die wollten uns umbringen! Was hast du denn gedacht, was passiert? Hm? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment! Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist! Was... Was wollen die von mir? Keine Ahnung... Ich lass mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln... Zeigen Sie mal die Hand! Was da eben passiert ist... War noch nicht alles, hab ich recht... Ich weiß es nicht... Das stimmt... Achso... Ach Gott... Dann muss ich mich wohl dran gewöhnen... Ich hab einiges über Medizin gelesen... Ich werde versuchen sie mit Heilmitteln zu versorgen... Und wenn die Wunde mal tiefer geht... Versuche ich sie für's Diesseits zu bewahren... Hier lang... Mülltonne... Mülltonne... Aber hier gibt's was... Geschenk... Nichts... Drücken vielleicht noch was? Nein... Alles was ich komme... Weil ich eile... So... Siehst du was Schönes? Oh... Salz... tiny... Ty... fakt ja... kleinen... T sher-Ville... So jetzt aber... So... Mal schauen... Wo es uns jetzt hier hinverschlägt... Soldier Field ... Fällt da eh auf oder? Ja, ich πεundi... Oh, wow, 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 wow Wir sollen hier lang Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann So, zieh an Wow Schock, Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren So, so, so Ja, bis so Das Halt ist auch da Das Halt ist fast immer voll Da ist sie, die First Lady Scheint unterwegs in Stock zu sein Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir Ja, Mr. DeWitt Nenn mich Booker Oh, okay, Booker Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches Hm Ich werde lieber so schnell Abhauen, wie wir können Die Zeit kommt, sag sie. Bist du bereit? Teufels Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen Ja Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Schockjockey. Gentlemen, der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Handelt für eure Frauen. Handelt für euren Propheten. Handelt. Wissen Sie... Die Bettelte! Scheucht ihn aus offene Fälle! Die Nahrung! Lage ihn in Fresse! Lage ihn fest! Sieht da! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gesundheit. So. Oh. 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 würde ich sagen, eine kleine Pause.